herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch das moin bundle von edict und stacks alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und dem inhalt sowie natürlich auch die links zum album und zum bundle findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung moin von edict und stacks von den 102 boys wir haben hier mal wieder ein bundle aus dem bereich deutschrap jawohl das bundle von edict und stacks am 5 juni erschienen das ganze ist gar kein richtiges album wenn man es genau nimmt sondern es ist in diesem fall ein mixtape das ganze hier als bundle erschienen wir haben hier einen riesengroßen plastikbeutel so ein kunststoffbeutel es ist tatsächlich so ein ja druckverschlussbeutel in übergröße und in diesem sehen wir schon den inhalt des bundles und auch noch einen sticker der drauf ist das bundle war streng limitiert auf 500 stück das können wir auch hier sehen und so lesen wir hier moin limitierte edition nummer 489 von 500 also da habe ich scheinbar noch glück gehabt bei der bestellung oder bei der sortierung dann 489 da waren noch 11 übrig wir werden das ganze mal hier öffnen und dann schauen wir mal rein so den beutel packen wir mal zur seite und so sieht das dann aus also wir haben hier noch einen zweiten kunststoff so einen zweiten plastikbeutel der ist auch wieder recht groß darüber einmal das mixtape und einmal hier ein stickerbogen und dann machen wir auch den zweiten beutel noch auf auch das wieder ein druckverschlussbeutel also das sieht man auch so gut wie nie dass hier einfach zwei druckverschlussbeutel ineinander sind so den packen wir auch mal zur seite und hier haben wir dann noch ein poster gut dann würde ich sagen schauen wir als erstes mal das mixtape an das ist ja noch in folie der rest geht aber noch zur seite dann werden wir das ganze mal aus der folie schneiden einmal der länge nach so also das ist es das neue mixtape von den beiden herrschaften der 102 boys hier oben lesen wir auch 102 boys präsentieren moin dann darunter die beiden interpreten edict und stex und ja es sieht so aus als hätten die hier scheinbar ziemlich kassiert also hier einmal ziemlich mies die schläfe und das auge zugerichtet also blaues auge und cut an der schläfe und dieser gute mann hier hat ordentlich eine auf die lippe und auf die nase bekommen also sowohl die lippe als auch die nase sind hier mies offen und bluten recht stark aber dafür scheint sie eigentlich ganz gut gelaunt so sieht das auf der seite aus also wir lesen hier wieder edict stex moin und auf der rückseite haben wir dann die tracklist 12 tracks sind es geworden wir haben hier auch noch ein paar fremdbeiträge oder ein paar features von den 102 boys und zwar haben wir einmal mit dabei stex 102 und ja klar also edict und stex klar aber dann chapo und ansonsten hier beim track nummer drei ist dann auch noch scoop dabei intro skit von toni ok die beteiligten das ganze ist erschienen über jinx music so sieht das ganze von innen aus als erstes kommen wir zur cd die sieht so aus schwarz weiß und gelb dann noch mal die beiden jungs in diesem fall hier am rauchen und dann kommen wir zum booklet so was haben wir hier fühlt sich etwas dünn an so wir haben hier einerseits mal fotos der beiden dann gibt es hier noch ein foto sieht so aus nach der kneipe nach dem lokal wo sie so verkehren die ganze gang versammelt und zum abschluss dann hier noch die credits der beteiligten ok soweit so gut das war es zum album beziehungsweise zu diesem mixtape wir kommen zum nächsten bandinhalt und zwar haben wir hier einen sticker bogen mit dabei im querformat in schwarz gestaltet und wir haben hier wenn ich es richtig zähle 1 2 3 4 5 6 7 sticker also einmal hier der titel dann einen 102 boy sticker einen mit thc addict stacks dann uber xl und mama also hier auch track titel mit verarbeitet sieben sticker auf diesen bogen und als letzten bandinhalt haben wir hier noch ein poster das recht groß ist zumindest für ein bundle kommt ihr im querformat wir haben hier noch mal die fotos die wir aus dem booklet kennen und hier haben beide dann auch noch unterschrieben also hier oben und hier unten jeweils mit schwarzem stift hier hand signiert ja das sind auf jeden fall originale unterschriften also das poster einseitig bedruckt im querformat gut wir fassen zum abschluss noch einmal kurz zusammen was sich alles in diesem wandel befindet einmal das eben gezeigte poster einseitig bedruckt im querformat dann haben wir hier den sticker bogen mit sieben stickern und natürlich das mixtape an sich moin mit insgesamt 12 tracks und zwei features das alles in diesem wunderbaren bundle mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem mixtape beziehungsweise den bundle schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr 102 boys unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt auf euch auf ciao